So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video, herzlichen Dank fürs Einschalten und erstmal herzlichen Dank hier von mir an euch. Wir sind mittlerweile über 144.000 Zuschauer in diesem Kanal, dafür ganz großen Dank, denn ich habe das gestern Abend im Livestream auch schon gesagt und wieder gemerkt, es tut mir einfach gut, hier so ein Ventil, so ein Kanal im wahrsten Sinne des Wortes zu haben, um mich über die aktuelle Situation zu äußern, um mir Luft zu verschaffen und einfach mal ein bisschen Dampf abzulassen über diese kuriosen Vorkommnisse, über diese Sachen, die im letzten Jahr noch Verschwörungstheorien waren, die jetzt heute in den letzten Tagen sich für wahr bewahrheiten und wahr werden in den nächsten Wochen. Denn das ist auch genau das, deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an euch und auch vielen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Immer ich lese sehr, sehr viel, ich kann nicht mehr alle beantworten, weil das zu viel geworden ist. So, dementsprechend ist aber auch die Überleitung direkt zum ersten Thema. Wir haben gestern Abend nämlich im Livestream auch schon direkt über dieses Thema gesprochen. Wir kommen ganz klar in eine Zweiklassengesellschaft, obwohl das Ganze ja auch im letzten Jahr noch komplett anders geschildert und immer beteuert wurde. Da hieß es, nein, nein, es wird keinen Unterschied zwischen G... und Unge... geben. Und verzeiht es mir an dieser Stelle, wenn ich dieses Wort wieder nicht komplett ausspreche. Ihr wisst, warum ich das mal so mache. So, und hier hieß es nämlich gestern Abend exklusiv schon bei der BILD, Verschärfung für Millionen Bürger. Ja, Regierung will neue C-Knall-Hart-Maßnahmen. Unge... sollen nirgendwo mehr reinkommen und so weiter. Jetzt kommen langsam ein paar mehr Informationen dazu noch raus, detaillierter. Und es ist eine Entwicklung wirklich in eine Zweiklassengesellschaft, die mir, wenn ich daran denke, eiskalt den Rücken runterläuft. Also, das ist so unfassbar, was hier passiert. Weil, überleg doch mal, nehmen wir mal ein Beispiel. Klar gibt es natürlich Leute, die sich weigern, die sagen, nein, ich möchte das nicht. Das Ding ist über Jahre hinweg nicht erprobt worden. Ich weiß nicht, was damit los ist. Möchte ich nicht. Muss man meiner Meinung nach ganz klar akzeptieren. Das ist ein berechtigter, logischer Einwand, den ein logisch denkender und recherchierender Mensch für sich äußert. Aber bedenkt doch auch mal Leute, die Erkrankungen haben. Leute, die starke Allergien haben oder ähnliches und dieses gar nicht einnehmen dürfen, dieses Mittel. Das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der immer wieder außen vor gelassen wird. Man schafft dadurch automatisch eine komplette Spaltung der Gesellschaft. Und das kann doch nicht der Sinn sein. Das kann doch nicht der Sinn von Politik oder sonst was sein. Ich finde das einfach nur verheerend, was hier passiert. Und so heißt es nämlich bei der Bild, Zitat, schon ab Anfang, Mitte September. Leute, es sind gerade mal noch vier bis maximal sechs Wochen, wenn es wieder richtig losgehen wird hier. Will die Regierung unabhängig von der Inzidenz die C-Regeln für Millionen Bundesbürger verschärfen. In ganz Deutschland sollen dann Restaurantbesuche, Hotelübernachtungen, Innenveranstaltungen, Friseurbesuche, nur noch für Personen mit bla 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 genesenen oder Testnachweis möglich sein. Aber weiterhin heißt es dann hier, für Unge, Punkt, 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 zur Zeit 32 Millionen in Deutschland, könnte es noch härter kommen. Sie sollen unter bestimmten Voraussetzungen nirgendwo mehr reinkommen. Nicht mal mit negativen Test, denn ab einer bestimmten Inzidenz und Krankenhausauslastung sollen Unge, Punkt, 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 Bürger zum Beispiel nicht mehr ins Restaurant gehen können, Klammern, Ausschluss von der Teilnahme nicht, Punkt, 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 Personen an Veranstaltungen und in der Gastronomie. Und ich bin mir sicher, dass sie das noch ein ganzes Stückchen weiterziehen werden, dass da noch weitere Regulierungen und Maßnahmen und Verbote für die Leute kommen, die sagen, ich möchte es nicht. Und für die Leute, die sagen, ich kann es gesundheitlich nicht tun. Und das ist so eine unangenehme, ekelhafte Entwicklung, die sich hier aufmacht. Weiterhin Maskenpflicht im ÖPNV und im Einzelhandel soll für Bürger bis 2022 im Frühjahr gelten. Für alle. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken, was hier einfach passiert. Jetzt kommt allerdings FDP-Vize Wolfgang Kubicki um die Ecke und äußert hier wieder massive Kritik. Zitat, man muss Jens Spahn wegwählen oder auch, sagt er hier, dreister Wortbruch dieser Regierung. Und absolut berechtigte Kritik, immer wieder sehr gut, wenn sich der Herr Kubicki zu diesen Themen äußert. Nur man sollte sich dann doch mal überlegen, wie die FDP, wo sie in drei Bundesländern auch aktiv ist, zahlreiche Sachen durchwinkt und mitmacht. Erstens das. Und zweitens. Im Bundestag hatte die FDP auch die Möglichkeit, beispielsweise über die Normenkontrollklage, die musste halt vom Bundestag abgesegnet werden. Die hat die AfD eingereicht, nebenbei gesagt. Deswegen, meiner Meinung nach, haben sie dann als FDP nicht dafür gestimmt. Weil dann wäre nämlich eine Normenkontrollklage direkt zum Bundesverfassungsgericht gekommen und hätte garantiert etwas auswirken können und was bewirken können. Aber nein, mit der AfD, mit den Schmuddelkindern, mit denen darf man ja nicht gemein sein, wie wir mittlerweile gelernt haben. Und ich finde das gut, wie der Kubicki sich äußert, aber sorry, die ein, zwei Personen, mir fällt eigentlich keine andere ein von der FDP, diese eine Person von der FDP, der Herr Kubicki, der jetzt wieder hier ein bisschen auf Wählerfang geht, kurz vor der Bundestagswahl und sehr gute kritische Äußerungen trifft, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Nein, aber im Endeffekt macht der ganze FDP-Scheißverein auf Landes- und auf Bundesebene im Endeffekt nichts. Im Gegenteil, auf Landesebene stimmen sie dem sogar noch zu, dass solche Maßnahmen weiterhin bestehen. Die kannst du doch nicht mehr vervollnehmen. Tut mir leid für meine Wortmahl von gerade, aber es reicht mir einfach. Es passt doch nicht hinten und vorne nicht mehr zusammen, was hier abgeht. Nein, das ist absolut irrational, was hier passiert. Kubicki sagt zur Bild, Zitat, die Ankündigung in Zukunft, unge Punkt 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 vom Gastronomiebesuch auszuschließen, ist der dreisteste und verheerendste Wortbruch dieser Bundesregierung, die wiederholt Stein und Bein geschworen hat, es werde keine Pflicht in Deutschland geben. Dieser Wortbruch wiegt noch schwerer als die Unverhältnismäßigkeit dieser angedrohten Pflicht. Es ist gut, es ist richtig, was er sagt. Ganz ehrlich, er als Kanzlerkandidat mit aber einer Partei, die natürlich genauso auch abstimmt zu dem, was und wie er es sagt, das würde ich mir wünschen. Das würde mal Sinn machen. Dann hätte man mal einen Lichtblick. Aber einen Lichtblick sehe ich bei diesen ganzen Verhältnissen, die sich hier gerade auftun, absolut nicht mehr. Aber schreibt eure Meinung unten rein. Als nächstes haben wir mal wieder eine Nachricht von der Annalena Baerbock von den Grünen, Kanzlerkandidatin hier. Zitat von der Welt, Barnim oder Oderbruch. Baerbock kennt ihre Wahlheimat Brandenburg nicht. Und hier geht es speziell um die Bereiche in Brandenburg, entweder Barnim oder Oderbruch. Und Frau Baerbock kennt sich da offensichtlich nicht so aus. Und das ist ja grundlegend kein Problem, was nicht zu wissen. Leute, ich weiß auch so viele Sachen nicht. Aber ich setze mich nicht hier hin oder halte große Reden oder sonst was und versuche mit diesem Wissen, was nicht vorhanden ist, zu glänzen. Wie das aber immer und immer wieder bei der Frau Baerbock wirklich einen roten Faden durch ihr letztes Auftreten einfach zeigt. So heißt es hier. Grünen Kanzlerkandidatin Baerbock irritiert mit einem neuerlichen Patzer. Beim Besuch in ihrem Bundesland Brandenburg verwechselt sie zwei Orte. Es ist nicht das erste Mal, dass Baerbock den Eindruck erweckt, Orte nicht zu kennen. Kanzlerkandidatin und so weiter. Und jetzt gucken wir mal hier. Umgeben von Bäumen sagt sie im Wald von Barnim am Dienstag, da ist der Wald hier im Oderbruch anders als der Wald im Süden des Landes. Bezog sich dann auf Mischwald und so weiter, dass es anders aussieht und sagt dann weiterhin, sich das genau anzuschauen ist die Stärke von guter Politik. Und weiterhin heißt es hier von der Welt, doch Baerbock befand sich gar nicht im Oderbruch, sondern im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken nördlich von Berlin, der zum Naturpark Barnim gehört. Der Oderbruch liegt etwa 50 Kilometer weiter östlich. Also jetzt nicht irgendwie direkt nahe dran liegend, sondern schon ein bisschen weiter weg. Und warum immer so ein Geschwätz? Warum immer dieses Geschwafel von wegen ich kenne das, ich weiß das und alles. Und es wird ihr doch immer wieder unterstellt und es behauptet, dass sie doch so detailverliebt sei. Also das sehe ich nicht als Detailverliebtheit. Und der Schweinezüchter hier während Habeck, als es hier an ihrer Seite betreten zu Boden schaute und kurz darauf in den Boden trat. Ja, man kann es sich vorstellen, der Mann muss einiges aushalten, ganz ehrlich. Er wäre gerne in ihrer Stelle, das hat er ja auch öffentlich zugegeben. Das ist ja auch nur legitim und nachvollziehbar, so eine Position als Kanzlerkandidat. Klar, besonders wenn dann auch gesehen wird von ihm, wie schlecht es für sie läuft, wo er sich bestimmt denkt, da hätte ich besser und anders reagiert. Das sind dann halt so Punkte, das wird ihm negativ aufschlossen, bin ich sicher. Aber schreibt mal eure Meinung und zum Schluss des Videos habe ich noch eine interessante Nachricht von euch. Also generell ist die Aussage nicht falsch. Also hier heißt es nämlich, Zitat, die Union ist verbraucht. Sie hat keine Ideen mehr. Und generell kann man sagen, ja, die Aussage kann man bestätigen. Ja, das ist richtig. Allerdings wurde es gesagt von der SPD. Die Union ist verbraucht. Sie hat keine Ideen mehr. Sie hat ein Führungsproblem, ein Maßen, Merz und Amthor. So sagte nämlich das Ganze der Herr Klingbeil von der SPD. Und ganz ehrlich, es gibt doch keine verbrauchtere Partei als die SPD. Seien wir mal wirklich ganz rational und ehrlich in dieser Stelle. Und nehmen wir das jetzt nicht als amüsante Nachricht hier auf, dass das von der SPD kommt. Das fällt mir sichtlich schwer. Und solche Aussagen kommen von der SPD, die aktuell in den Umfragen ganz gut aussehen. Aber überlegt euch mal in Relation zu vor 10, 5 oder auch 20 Jahren, was das für Umfragewerte sind. Also das ist ein peinliches Armutszeugnis von der SPD. Aber klar, wenn man natürlich weiterhin diesen extremen Linkskurs, den die SPD gerade geht, weitergeht und dort versucht, irgendwo in Position zu kommen, wo die linke Partei positioniert ist, warum sollte jemand, der linke Politik gut findet, die SPD wählen? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Also man sieht ja eine ganz, ganz krasse Entwicklung bei dieser Partei. In diesem Sinne, schreibt eure Meinung zu den Themen gerne unten rein. Daumen hoch fürs Video. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr da seid. Alles bleibt scheiße. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.